Berge in Misty Meadows, einen Koffer mitbeweisen, das ist einer der Fortnite-Aufträge in Fortnite Season 5. Wie diese Aufgabe geht, verrate ich dir in diesem Video, wenn du nicht weißt, wie du die Aufgabe bekommst, wenn du auf dem Startbildschirm bist und du gehst auf neue Aufträge, du bekommst regelmäßig neue Aufträge rein und dieser Auftrag kann ablaufen, das heißt, du kriegst immer mal einen neuen rein, es ist Zufall einfach, ob du diesen Auftrag reinbekommst und wenn du ihn bekommst, hast du eine gewisse Zeit, diesen zu machen. Wenn du ihn nicht machst, kriegst du irgendwann nochmal, wenn du ihn abgeschlossen hast, gehe ich davon aus, ja gut, es gibt 1000 EP, ob er den nochmal reinbekommt. Leute, ich verlose wieder kostenlose Skins und Battle-Pässe in Fortnite Season 5. Jedes Video, was du guckst und kommentierst, macht mit, ja, nimmt an dieser Verlosung teil und ja, was du machen musst, ist einfach schreib irgendwas zum Video, nicht einfach nur deinen Epic Games-Namen, sondern schreib irgendwas passendes zum Video und deinen Epic Games-Namen in die Kommentare. Wenn du feierst, dass ich wieder Skins und Battle-Pässe verlose, lass einen Daumen hoch, da kostenlos, Abo, mach die Glocke an, guck so viele Videos, wie du willst, weil alle Videos ausfordern, dass ich diesen 5 nebenan an der Verlosung teile. Ich werde jeden Tag einen Skin verlosen, verschenken. Ich werde das einfach so einmal die Woche machen und dann kriegen halt 5 oder 7 Leute dann eben halt was. Also ich mache das nicht jeden Tag, dass ich da einen ziehe, sondern ich ziehe einfach, also nach 7 Tagen ziehe ich halt 7 Leute und dann kriegen die halt ihre Krams, okay? Wie gesagt, schreib unten in die Kommentare rein, wenn du die beim Battle-Pass hättest als einen Skin und ich würde sagen, jetzt gehen wir mal ins Spiel und ich zeige dir, wie das Ganze geht. So Leute, wir sind in-game und es geht zum Koffer mitbeweisen bei Misty. Misty ist hier unten auf der Karte und da hier etwa ist der Koffer mitbeweisen. Ich muss auch den Hängelgleiter nach Austausch, wir haben auch den aus Season 4 drin. Ich finde diesen Skin in Fortnite Season 5 extrem nice, wirklich richtig mega nice. Und ja, ich mache jetzt auch gleich mal die Quest hier. Jetzt muss ich mal kurz mal gucken. Hier ist es nicht, da ist es auch nicht. Wo ist denn das? Wir müssen hier irgendwo diesen Koffer mitbeweisen haben. Hat er das irgendwo angezeigt? Nee. Ich hätte gedacht, das ist hier. Warte mal. Schauen wir mal. Also ich hätte schwören können. Ach guck mal, hier ist er. Der ist er. Genau, ich bin da vorbeigeflogen. Also ihr seht hier den Captain Carp. Ich zeige es euch nochmal auf der Karte hier. Da ist es. Misty Meadows, da einfach hingehen. Koffer, einsammeln, Beweise sammeln. Und Quest ist abgeschlossen. Also so einfach ist das Ganze. Und ich habe es natürlich für die verkackten Screenshots. Ich hoffe es wieder hat geholfen. Ich freue mich und auch. Kostos Abo. Mach die Glocke an. Denk an die Künstlerinnen zu gewinnen. Einfach Epic Games' Namen und in die Kommentare schreiben. Und was passendes zum Video. Nicht vergessen, wer nur Epic Games' Namen reinschreibt. Ein Spam bekommt nichts. Und jedes Video, was geguckt, ist eine Chance zu gewinnen. Und der Typ ist Freeget. Also bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Das ist ein Kuppel. Hier ist aber echt gerade. Hier ist, wie sagt man denn hier? Opfertag für YouTube oder sowas. Keine Ahnung. Hier ist noch einer, ne? Dann ist dann. Alter. Was geht denn? Ich will mir wagen. Was macht denn der Typ da? Selbe Socken? Dann muss der da sein, ne? Oh, hier. Premium gebaut. Äh, okay. Okay. Oh, die Wache ist ja okay. Oh, okay, sterben. Oh, mein Gott, oh 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 mein Gott. Eher geht das später. Dass ich das jetzt hier nur überlebe, weiß ich auch nicht. Komm mal Riss an der. Wir machen noch was Cooles. ok das ist die quest gewesen und macht euch spaß bis zum nächsten mal macht es ist denn hier los in dieses wahnsinn wahnsinn also ich habe es wieder geholfen bis zum nächsten mal